Was ist der Unterschied zwischen einer Bank und einer Bank? Eine Bank, viele Bänke. Eine Bank, viele Banken. Was ist der Unterschied zwischen Banken und unserem Kunden der L-Bank? Die L-Bank ist eine Bank, wenn es um kreative Werbung geht. Sehen und hören Sie selbst. Sehen und hören Sie selbst.